Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit meinen Freunden DK Official und Mehmet Productions Und zusammen gucken wir uns Mohammed Ramadan an Also zusammen wir drei Aus Ägypten ist der Sänger Und das Lied heißt Coronavirus Coronavirus Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt Nach einer Woche von fast 10 Millionen Klicks Und sein letztes Lied, bum bum, haben wir reagiert darauf Da bin ich gespannt Und da steht sogar eine Info über Coronavirus Warum wohl? Mal gucken, ob es genauso fun sein wird Normalerweise das muss Lieder, die so abgehen, oder? Ja, ich würde so abgehen Richtig cooler Typ, Alter Ach, geil Alter, das ist riesig geil Also der hat schon Style Gold, Silber Handschuhe und Rundschutz Ja, sehr vorbildlich Ja, schön fest, ich kenne auch schon meinen Damen und Herren Deine Hände waschen, dann sie tanzen So, ne? Ja, vielleicht kann ich schon Ja, Coronavirus Da weißt man nicht die Hände um den Coronavirus Neues Coronavirus Party So, ne? Ja, ja Alter, hat so schwer So, Abstand So, ne? So, ne? Sollten wir auch machen? Soll ich was? Ja, so mit Frappkarton Ja, ja Seine Lieder machen echt fun, ne? Ja, die sind so cool Das ist richtig hammer Einfach cool Genau Richtig cool Und seine Stimme ist auch geil Obwohl er eigentlich nur Schauspieler ist Echt? Ja, so singen kann er eigentlich echt sehr gut Aber witzige Videos, die gehen wir mit so einem Film und das dann versuchen wir Ja Das ist vor allem mega kreativ Ja Vor allem auch mit den Lichtern und so weiter Ja 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 Coronavirus 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 bam 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 bim bam bam Was sagt der Oste? Niiice Wooo Das ist noch gar nicht vorbei. Jetzt. Krass, krass, krass. Ich denke mal, in seinem Text macht er auch Corona, weil er ist aufmerksam und wie man sich hält. Kann möglich sein. Oh, wir hatten Englisch. Untertitel. Zu spät bemerkt. Auf jeden Fall war es richtig lustig und die Kommentare alle auf Arabisch. Aber mit Lachen, und Smilies mit Emojis. Ja, war auf jeden Fall cool. Nächstes Mal, wenn ich meine Hände wäsche, dann denke ich an ihn. Dann mache ich auch so. Corona, 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 Corona. Corona-Lirus. Cool. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Kennst du mehr coole Lieder? Mehr Corona-Virus-Talks? Mehr Corona-Virus. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Also, uns hat es gefallen. Vor allem nach Bumbum. Und jetzt das hier. Nice Song. Hat mir echt gut gefallen. Nice Künstler. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert. Schaut euch unsere anderen Reactions an. Und dann sagen wir auch Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut euch noch was. Vielen Dank.